Zimmermann Transporte – Kompetenz im Transport Gegründet in Ballingshausen mit Hauptsitz in Stadtlauringen sind wir die Spezialisten für den Transport von festen und flüssigen Gütern. Mit unserem modernen Fuhrpark aus rund 20 Lkw, Lebensmitteltankzügen mit integrierter Reinigungsanlage, Sattelzügen und Silofahrzeugen sowie eigenem Milchhandel transportieren wir termingerecht Ihre Produkte. Zuverlässig. Dank einer präzisen Planung von Anfang an. In unserer Disposition sorgen wir für die optimale Auftragsabwicklung und intelligente Logistik. Regelmäßige Wartungen in unserer hauseigenen Werkstatt gewährleisten die hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Interne Fortbildungen geben das Rüstzeug für die Zukunft. Zimmermann Transporte – Kompetenz im Transport. 365 Tage im Jahr.